Heyo Leute, CrimeX hier und heute gibt es mal ein Video, das ihr euch wirklich schon Ewigkeiten wünscht und zwar meine Top 5 Stunt Locations in diesem Video werde ich euch einfach 5 Orte zeigen, an denen man richtig coole Stunts durchführen kann und natürlich dazu den passenden Stunt und mich würde auf jeden Fall richtig interessieren, ob euch sowas gefällt deswegen lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da denn ich habe auf jeden Fall noch einige weitere Stunt Locations auf Lager und wenn euch sowas einfach gefällt, dann könnte man daraus hier eine Serie machen das heißt, vergesst auf jeden Fall nicht dieses Video zu bewerten wäre mir wirklich extrem wichtig, das könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben wenn ihr davon mehr sehen wollt jetzt noch ganz kurz bevor es losgeht und zwar würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht noch auf meiner Facebook-Seite vorbeischaut denn ich hatte mir noch als Ziel genommen, dieses Jahr noch die 5000 Likes zu schaffen und es fehlen jetzt einfach nur noch 130 Likes und dort passt ihr auf jeden Fall gar nichts mehr dort werde ich auch immer Livestreams und sowas ankündigen heißt vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall der Link zu meiner Facebook-Seite ist natürlich unten in der Videobeschreibung zu finden würde mich auf jeden Fall extrem freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit den Top 5 Locations bei der ersten Location, die ich euch zeigen werde handelt es sich direkt mal um einen Wasserstunt und hierbei springt man eben über diese Kante die man jetzt rechts an der Seite sehen kann und diese Location, diese befindet sich eben direkt an dem Helikopterlandeplatz und an dem Hafen diese werde ich euch jetzt mal auf der Karte zeigen und jetzt werde ich euch dazu noch natürlich den passenden Stunt zeigen die zweite Location befindet sich direkt neben dem Life Invader Gebäude hier in dieser Einfahrt und hierbei springt man eben an diese Kante dran macht dann einen Double Bounce an das Dach von diesem kleinen Haus und kann somit richtig weit fliegen doch ich muss euch vorwarnen dieser Stunt ist wirklich nicht so leicht durchzuführen aber wo sich dieser befindet das werde ich euch jetzt auch mal auf der Karte zeigen und jetzt noch viel Spaß mit dem Stunt bei der nächsten Location die ich euch zeigen werde nutzt man diese kleine Kante die man im Hintergrund sehen kann neben dem Baum zum Absprung und damit kann man eben richtig schön weit auf das Kaufhaus auf der anderen Straßenseite fliegen wo sich dieser Platz auf der Karte befindet das werde ich euch jetzt zeigen und jetzt natürlich noch viel Spaß mit dem Stunt bei der nächsten Location die ich euch zeigen werde nutzt man diesen Zaun den man im Hintergrund sehen kann von dem Restaurant zum Absprung und wo sich das befindet das werde ich euch jetzt auf der Karte zeigen und nun kommen wir auch schon zur letzten Stunt Location bei dieser Location nutzt man diese kleine Hecke die man im Hintergrund sehen kann zum Absprung und wo sich das befindet das werde ich euch jetzt auch wieder auf der Karte zeigen dieser Stunt ist wirklich ziemlich cool für Anfänger da dieser Stunt echt nicht wert durchzuführen ist und bei diesem kann man auch ziemlich weit fliegen und kann sogar im Hintergrund auf dem Dächer noch einige coole Tricks machen und deswegen auf jeden Fall eine ziemlich coole Empfehlung für Leute die noch nicht so oft Stunts gemacht haben ja Freunde das waren dann auch schon die 5 Stunt Locations ich hoffe natürlich wie immer dass euch dieses Video gefallen hat wenn ihr das wisst dann drückt jetzt wie immer auf den Like Button für einen größeren Bizeps wie gesagt Leute lasst mir auf jeden Fall ein Like da wenn ihr sowas öfter sehen wollt dann kann ich daraus auf jeden Fall eine Serie machen und ja das war jetzt auf jeden Fall auch mein letztes Video für das Jahr 2014 ich wünsche euch natürlich allen einen guten Rutsch in das Jahr 2015 und einfach nochmal danke für dieses geile Jahr mit euch ich hoffe natürlich dass es im nächsten Jahr so geil weitergehen wird und ja wie gesagt Leute einfach einen guten Rutsch an die iCrymax Army bis dahin haut rein Leute euer Crymax bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020